nehmen wir hier mal kopper sternchen dann kommt hier iron sternchen gold sternchen was haben wir noch silber wir haben aus mir um ja könnte sein dass er jetzt sogar versucht erze obwohl das macht ja nichts dann haben wir noch led sternchen dann haben wir was haben wir einfach mal nachgeguckt kopper tin den haben wir noch ja da mal nett hier haben wir tin sternchen ok da könnte man dann bronze machen oder so oh ähm plates thermal recycling erebus thermal dynamics structure tools ist auf jeden fall ganz nett backpacks railcraft was haben wir denn da noch so james haben wir die hier schon irgendwo nein dann kommt ach dann kommen hier einfach die gems rein fertig gems und passt okay dann kommt hier whitelist ja was soll hier drin bleiben oder ja eigentlich wenn da whitelist und nichts drin steht dann dürfte ja auch eigentlich nichts reinkommen hm sagen wir nix eigentlich sollte sich das doch auch ah es muss noch reingepackt werden ach aluminium haben wir noch ok ok für glas haben wir da noch nichts ich dachte das würde mit so building blöcken gehören ok da habe ich noch eine idee hierfür ist wahrscheinlich gerade du die gems genau hier kommt all ingots allerdings mit einer niedrigeren ja mit einer niedrigeren rate priorität das heißt die sollten drin verschwinden können sehr schön sehr schön das kann auch alles das nicht interessant aber warum das hier ist building blocks decoration blocks ok eigentlich ist da noch glas mit dabei was ist hier drin da kann ich daher auch eigentlich sagen sternchen wood sternchen dann sollte da jetzt alles aus holz mit noch reinkommen können und irgendwie geht dieses gestöhne der zombies auf den sack komm mal herrühr hä hä ok und ein zombie kopf hoch die nachbarin gut äh 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 hallo äh 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 gut das sollte ja eigentlich alles drin verschwinden können soviel dazu gut das verschwindet jetzt zumindest schon mal lapis lazuli warum verschwindet das nicht ich dachte das gehört zu gems das dann ach ja die gem kiste ist jetzt eine andere all gems na gucken wir mal und hab brot ich dachte das könnte zu essen gut das zu essen auch nicht auch nicht auch nicht schade das ist weg das ist auch weg das nicht okay kohle wird nicht zu gems dann sollte das noch mit hinzufügen hinzufügen und zwar so hier alles rein was irgendwie was mit kohle zu tun hat okay kann das hier noch mit rein frage ist kommen die hier auch mit rein nein redstone gehört anscheinend auch nicht zu den gems schade aber das macht nichts dann machen wir hier einfach eine kiste mit wo haben wir es ja wo vielleicht energistics sollte ja eigentlich unter a sein ach ja so viel dazu da war doch irgendwas hier einmal alles ok dann kommt hier ach nee warte hier käme dann noch mit Komma kann ich glaube ich drin ja Komma Sternchen redstone Sternchen dann landet das hier auch mit drin was wahrscheinlich keine so gute Idee ist die kiste ist schon ziemlich voll dann kommt hier einfach redstone Sternchen und ich sollte redstone richtig schreiben hoppala was kommt hier rein materials aha vielleicht miscellaneous aha ok aber vielleicht muss ich hier einfach noch materials ergänzen dass ich dann auch nein 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 ja nein warum nicht hm komisch wo haben wir wo haben wir vielleicht energistics 2 steht im filter genauso wie das und das sind auch miteinander verbunden also warum warum will das jetzt nicht ach ist ja mal wieder traumhaft da fällt mir aber hier noch hat auf und zwar hat auf und zwar können hier auch einfach mal alle chisel sachen rein hier kann hier kann somkraft rein wo haben wir es wäre irgendwie schöner wenn das nach alphabet sortiert wäre ja und nicht nach ich fange irgendwann mal ein alphabet an und dann irgendwann ein neues einmal somit tinkerer wo haben wir jetzt das richtige somkraft das sollte jetzt aber wohl gehen wenn ich hier nein nein ok komisch ok das will also noch nicht so ganz wie das nein auch nicht auch nicht ok irgendwas ist gerade merkwürdig erstmal schlafen kann man nicht weil monsters in der nähe sind ach da dann komm mal her her monster und weg ist er ich glaube durch den letzten blutmond hat man einige villager verloren naja können halt nicht auf sich aufpassen was passiert wenn ich das hier reinknalle auch nichts warum das war nein die kiste ist auch nicht voll oder so also die dinger hier sortiert er super und die hier auch das ist natürlich wieder sehr fabulös äh fabulös das hier müsste ich rein knallen können verschwindet sofort ok vielleicht indem ich das so sage äh applied sternchen nein verschwindet nicht hm ok war doch ein sternchen oder hm hm merkwürdig naja wir haben ja doch so ein bisschen was geschafft hat auch eine weiche gedauert aber steht jetzt erze also die ingles werden immerhin schon mal ordentlich weg sortiert hier was den rest angeht da gucken wir dann nochmal und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal euer akamau tschüss tschüss Untertitelung des ZDF, 2020